Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Faktenvideo. Diesmal handelt es sich über 5 Fakten von das Evil Chicken. Fakt Nummer 1. Das Evil Chicken rächt sich immer bei dir, auch wenn du es gerade erst getötet hast. Es kann sein, dass es sich innerhalb von kürzester Zeit bei dir rächt oder nach sehr langer Zeit. Fakt Nummer 2. Ist das Evil Chicken in einer Höhle oder einer Hölle, dann lauft so schnell ihr könnt. Entweder verbarrikadiert ihr euch in euer Haus, in einer Höhle, die ihr selber gerade ausgehoben habt, hinter einen Zombie, hinter einen Creepo oder sonst irgendwas. Denn das Evil Chicken wird einen Anschlag auf euch planen. Fakt Nummer 3. Das Evil Chicken werdet ihr niemals alleine antreffen. Es wird immer in einer Horde sein. Und wenn ihr einen Evil Chicken seht, dann guckt euch genau um, bevor ihr sagt, dass es nur eins ist, denn es sind immer mehrere. Fakt Nummer 4. Habt ihr einen Evil Chicken getötet, dann seid immer auf der Hut. Es wird euch immer beobachten, egal wo ihr seid. Seid ihr in eurem Bett, steht es neben euch, beobachtet euch. Seid ihr in der Höhle, ist es immer bei euch und beobachtet euch, bis es den Anschlag hat. Fakt Nummer 5. Selbst Herobrine, eine Legende, ein Mythos oder doch der wahre Held? Das wird keiner wissen. Selbst der hätte gegen das Evil Chicken gar keine Chance. Ich hoffe, die 5 Fakten über das Evil Chicken haben euch gefallen. Was meint ihr? Hat Herobrine denn eine Chance gegen das Evil Chicken? Oder ist das Evil Chicken 10.000 mal besser als er? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir sehen uns bei einem neuen Fakten-Video oder bei Let's Play Minecraft Jurassic World wieder. Bis dann. Tschüss.